Das ist die Festung. Los, rein da. Leute, noch ein Nest. Ohne erledigt. Ohne erledigt. Ohne erledigt nicht. Du stirbst trotzdem. Eine Krone weniger. Ohne erledigt. 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 Und... Ohne erledigt. 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 Achtung, mehr von denen! Das war's für dich. Schau, Schrecher! Geht! Geht, Felix! Oh, yeah! Geht! 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 Das muss reichen! Geht! Ich binrap, die Schäufe. Ich werde ihn versuchen. Er ist aufgewachsen. Er hat sich aufgewachsen. Ich werde mich aufgewachsen. Und ich werde mich aufgewachsen. Eine Krone weniger! Eine Krone weniger! Verfluchte Scheiße! Waren das alle? Sieht so aus. Vorerst zumindest. Gehen wir nach unten. Ach, echt jetzt? Ach, ach! Das muss der Ort sein, wo diese Bieste herkommen. Und wohin diese Hescher gehen? Also, wer geht zuerst rein? Hey, JD, wie wär's mit einer Runde Steinscherepapier? Hm, ernsthaft? Du bist miserabel in Steinscherepapier. Äh, wie kann man miserabel in Steinscherepapier sein? Na, ganz einfach. Du nimmst immer Papier. Na, ha? Probieren wir's. Drei, zwei, eins, los! Ach, verdammt! Gut, dass ihr nur eine Runde gespielt habt. Der Plan ist aber noch die Hescherverfolgung, oder? Ja. Ist das ein Problem? Außer, dass wir nicht wissen, wo er ist oder wohin er will. Klar. Toller Plan. Hey! Wer ist unser Herrscher? Es ist derselbe? Ich hab Markus' Funkgerät nicht gehört. Nur ein Weg, das rauszufinden. Gehen wir nach unten. Dann wollen wir mal. Na, sieh! Oh, verdammt! Ich hasse dieses Geräusch! Da kommen sie! Sperr! Herr Lars, mich verlässt! Ja, ja, ich seh' dich! Feuer, ein bisschen! Das war's. Das letzte ist erledigt. Ach, aber weißt du was? Kapseln sind ja auch irgendwie ein gutes Zeichen. Wir sind auf der richtigen Fährte. Wäre gut, wenn die Katakomben uns zur Mine führen. Gut, Munition. Die kann ich gut gebrauchen. Gut, Munition. Wer geht immer? Oh, klasse. Jede Menge Kapseln. Er ist zurück. Doch da kommen seine Freunde. Gute Zeit. Gute Zeit. Gute Zeit. Ich hasse diese verdammten Viecher. Keine Sorge, es warten bestimmt nur noch Tausende da unten. Dale, das hilft uns nicht. Okay, das sieht nicht gut aus. Hier sind Drohnen! Na, na, schau raus! Das ist das Krisch. Das ist das Krisch. Das ist das Krisch. Das ist das Krisch. Hey! Warte! Ich bin gleich da! Jetzt noch! Ich hab dich gerade erst gestrickt, immer schon aufzubluten und weitergehen! Wir sind fest! Zartsetzen! Come on, Eddie! Wir sind fest! Granatenkopf! Keine Kurvenbode! Waffe Granate! Waffe Granate! Waffe Granate! Waffe Granate! Waffe Granate! Nimm das! Alles klar, das war's. Alle in Ordnung? Ja, lasst uns das Tor öffnen. Westph Flewski! env until a körper. Let Hallelujah! Stop! 주Lu Bi- Skal criminal! Sitat, ihr könnt ihnen megaackt werden! Na los, gehen wir endlich! Wenn wir in die Osmium-Mine wollen, warum sind wir dann hier unten? Wir folgen den Häschern. Vielleicht führen die Katakomben irgendwie in die Mine. Vielleicht. Diese Katakomben müssen hunderte von Jahren alt sein. Ja, sieben, achthundert Jahre vielleicht. Die ganzen Leute, die hier begraben wurden, wer waren die? Krieger, Könige, Echse. Das werde ich nie wieder los, oder? Nein, denke nicht. Wir müssen noch ne Etage absuchen. Hm, ein großes Tor. So langsam hasse ich große Tore. Passt auf die Drohnen auf! Sie haben Arkon-Wögen! Leute, entweder sind wir auf der richtigen Spur, oder wir haben einfach nur richtig Glück. Hey, warum denn nicht beides? Eine Lastness! Das wird kein gutes Ende nehmen! Ich wurde rumgehauen! Ich werde auf den Weg! Danke, Mann. Ich wollte dich machen. Ah! Ja! Fuck! Ja, ich kann nur das. Achtung! Zurück in dein Eil! Das hat ihn gut. Na los, wir müssen hier raus. Wir haben schon länger keinen Hasher mehr gesehen. Wir müssen hier raus. Hey, hilf mir dabei!